Herzlich willkommen in der antiken Stadt Ephesus, einem der bedeutendsten archäologischen Städten der Welt. Ephesus war einst eine der größten Städte des Römischen Reiches und ist heute ein faszinierendes Freilichtmuseum, das die Geschichte über 2000 Jahre zurückführt. Beginnen wir mit einem der berühmtesten Monumente, der Celsus Bibliothek. Diese prächtige Bibliothek, die im zweiten Jahrhundert nach Christus erbaut wurde, war einst die drittgrößte der Antike und bot Platz für über 12.000 Schriftrollen. Ihr beeindruckendes zweistöckiges Marmordesign zieht die Besucher noch heute in ihren Bann. Weiter geht es zum großen Theater, das über 25.000 Menschen Platz bot. Es diente nicht nur als Ort für Theateraufführungen, sondern auch für politische und religiöse Versammlungen. Man kann sich leicht vorstellen, wie dieses beeindruckende Bauwerk in der Antike das Zentrum des städtischen Lebens war. Ein weiteres Highlight ist die Arkadiane Straße, eine breite Marmorpromenade, die einst den Hafen mit der Stadt verbannt. Entlang dieser Straße können wir uns die Pracht des antiken Ephesus lebhaft vorstellen. Ephesus ist mehr als nur eine historische Städte, es ist eine Zeitreise in die Vergangenheit, die uns die beeindruckende Kultur und das Alltagsleben der Antike näher bringt. Ich hoffe, dieser Einblick weckt euer Interesse, diesen magischen Ort selbst zu besuchen. Vielen Dank, dass Sie sich mein Video zur antiken Stadt Ephesus angesehen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Mystical Places Turkey, https www.instagram.com slash mysticalplastorki slash